Äh, Entschuldigung, Zahlen bitte! In Sommer leben etwa 27 Millionen Menschen in den 71 betrachteten Städten, was etwa 32 Prozent der EinwohnerInnen Deutschlands entspricht. Der Gesamtsieger heißt, anders als in vielen anderen Standortrankings, bei Prognos aber nicht München. Die bayerische Boomtown landet nur auf dem zweiten Platz. Rang 1 belegt Ulm Dank einiger kluger Entscheidungen wandelte sich die Stadt in Baden-Württemberg in den vergangenen Jahrzehnten von einem Industriestandort im Niedergang zu einer Hightech- und Medizinmetropole mit bezahlbarem Wohnraum. Das Ranking und auch die Top Ten zeigen, kleinere Großstädte mit unter 250.000 EinwohnerInnen schneiden besonders gut ab. Nach Ulm mit rund 130.000 Menschen folgt die Millionenstadt München, bevor die drei kleineren Städte Ingolstadt, Erlangen und Regensburg folgen. Erst mit Leipzig auf Rang 6 folgt eine Stadt mit mehr als 500.000 EinwohnerInnen. Die zweite grundsätzliche Erkenntnis, Städte im Süden und Osten Deutschlands schneiden im Schnitt besser ab als jene im Norden und Nordwesten. Vor allem in ihrer Entwicklung punkten ostdeutsche Städte. Im sogenannten Dynamic Ranking befinden sich gleich sieben ostdeutsche Großstädte unter den Top Ten. Als Dynamik wird die prozentuale Veränderung der verschiedenen Faktoren zwischen dem ersten und dem aktuellsten erhobenen Zeitpunkt berechnet. Jena kann sich in diesem Ranking Platz 1 sichern, dicht gefolgt von Chemnitz. Auch Erfurt, Magdeburg, Dresden, Leipzig und Halle schaffen es in die Top Ten. Die größte Überraschung im Gesamt- und Dynamik-Ranking dürfte wohl Chemnitz sein. Obwohl dort nicht einmal ein ICE hält und die AfD bei der Europawahl stärkste Kraft wurde, entwickelt sich die Stadt laut Prognos sehr positiv. So stieg in Chemnitz das mittlere Gehalt im Zeitraum von 2014 bis 2022 um 30% auf 3.144 Euro. Deutlich stärker als in anderen Städten. Dazu kommt die Bevölkerungsentwicklung. Zwar verlor Chemnitz nach dem Mauerfall ein Viertel seiner EinwohnerInnen, im Jahr 2010 aber zogen erstmals seit der Einheit mehr Menschen nach Chemnitz als von dort weg. Und von 2012 bis 2022 stieg die Bevölkerungszahl um 3% auf nun knapp 250.000. Außerdem konnte die Stadt in den vergangenen Jahren die ohnehin schon hohe Quote bei der Kita-Betreuung sogar noch ausbauen. Von 1,4 Kita-Plätzen pro Kind auf 1,6 Plätze im Jahr 2022. Dazu kommen die vielen Parks. Auf jede EinwohnerInnen kommen in Chemnitz 60 Quadratmeter Grünfläche. Mit 5,50 Euro pro Quadratmeter liegt der Mietpreis in Chemnitz auch noch deutlich unter dem bundesweiten Durchschnitt von 9,70 Euro. Auch Leipzig schneidet in den Prognos-Rankings extrem gut ab. Im sozialen Bereich konnte sich die Stadt Platz 2 sichern. Eingeflossen sind unter anderem die Anzahl der Kindertagesstädten mit 359. Auch der Mietpreis fällt in diese Kategorie. Knapp 8 Euro bezahlt man hier pro Quadratmeter. Auch in der Kategorie Digitalisierung kann sich Leipzig mit Platz 13 eine gute Position unter den 71 Städten sichern. Ähnlich sieht es im Bereich Mobilität aus. Hier liegt Leipzig auf Platz 18. Luft nach oben gibt es im Bereich Ökologie. Hier reicht es nur für Platz 34 von 71. Aber das Prognos-Ranking zeigt, in Leipzig lässt es sich leben. Zu Season 1 Ich bin zu Season 2 Und zwar in Leipzig Hallo Und zwar in Leipzig Ich bin zu Zeit